Hallo und herzlich willkommen zu der Bursti-Zeit-Challenge mit dem Ford Mustang, äh Quatsch, Ford Mustang, Ford Falcon FG V8, bla bla bla, Supercar, australische Supercorsair, ja, also sowas mit Turnwagen. Ja, ich habe eine Runde unter 1,46, damit bin ich zufrieden, das reicht und die Runde beginnt jetzt gleich. Ich hoffe, ich werde mit der Runde einen ganz guten Platz landen. Wir werden sehen. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020